Es ist Sommer und überall wird gebaut. Baustellen, wo man hinschaut. Liebe Zuschauer, ich begrüsse Sie recht herzlich zu der Vorschau auf unsere nächste Sendung von BIS-TV. Auch wir bauen und zwar unserer Sendung. Und es freut mich ganz besonders, Ihnen unsere neue Moderatorin vorzustellen. Oder noch viel besser, sie stellt sich doch gerade selber vor. Auch ich begrüsse Sie recht herzlich. Mein Name ist Jessica Wieg und ich darf Sie ab dem 1. August durch unsere neue Sendung begleiten. Und ich würde mich freuen, wenn auch Sie dabei sind. Ja und auch ich möchte mich recht herzlich in unserem Team begrüssen und freue mich auf eine ganz tolle Zusammenarbeit mit dir. Liebe Zuschauer, unsere nächste Sendung dreht sich alles um Rohbau, Renovation und Haustechnik. Wir zeigen Ihnen die neuesten Trends. Mit vielen Überraschungen und Neuheiten aus dem Thema Bauen und Wohnen erwartet Sie. Und natürlich wieder einen neuen Tipp vom Doni. Also, nicht verpassen. Ab dem 1. August online. BIS-TV, die neuesten Sendung. Mir bleibt nicht mehr. Wieder eine schöne Zeit zu wünschen. Alles Gute. Und ich hoffe, dass Sie am 1. August auch wieder live dabei sind bei uns in unserer neuen Sendung. Adieu miteinander. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018